Hallihallo, ich bring euch heute mal ein neues Video, und zwar einen Ausschnitt aus meinem Stream. Und da es mir einfach Spaß gemacht hat, da es absolut chaotisch am Ende war, wollte ich es einfach nicht vorenthalten. Und falls ihr mal live dabei sein wollt, einfach mal Link in der Beschreibung, meinen Twitch-Kanal abonnieren oder folgen, besser gesagt, und dann mal vorbeischauen. Also, viel Spaß damit. Ich hab auf dem Pass 200 Gefecht da, also... Und die Gegner in Chrysler? Nee, wir haben nur einen Chrysler. Chrysler... Ja, der Garde ist aber, glaube ich, nicht ganz so schlimm. Das ist nämlich nur ein Medium... Nee, was? Die Gegner im Garde? Die Gegner in René-Garde. Wow. Nee, aber der Chrysler ist ein bisschen bäh. Steh ich nicht so drauf. Wenn die im Game sind. Ach, dammit. Will ich direkt auf den Purshing mit HE schießen, ist so ein bisschen die Frage. LOL. Ich glaube, ich hab ihm aus Versehen durch Spread... ...den Ring getroffen. Den... Turm-Ring. Ja, der Purshing hat nur 42 HP, aber hier ist jemand, der nicht so cool ist. Glaube ich. Aber ich kann das auch nicht... ...nicht sinnvoll angehen. Ich fahr mal wieder viel zu aggressiv. So wie immer. Sozusagen. Och nö, in dem Moment fährt der Löwe raus. Ist das denn ernst, Löwe? Ernsthaft, der 65T hat da auf mich gewartet. Ich dachte, ich kann da schön flankieren. Da kommt ein IS-2-2 von der Seite. Fährt der rein? Wirkungs-Treffer! Carnarvaron, wie wär's, wenn du auf den G's dir die größere Gefahr für uns darstellt, anstatt auf irgendwen? Ich werde dir jetzt von zwei Bands angenommen. Will schnell lädst die T-77 bitte nahe. Ist ein Autoloader. Oh. Ist der erste Autoloader der Amis. Und eigentlich ziemlich useless. Nein, nicht wenn man zu zweit da noch ein Amix 65T ist. Ich fahr mal hier hoch. Dann kann ich schon hoffentlich hier ein bisschen unsere Seite verteidigen. Ja, damit ist er raus. Der Pursion zumindest. Ja, will noch wer, will noch wer? Ha, ha, ha? Tiger hat noch zu vergeben, ja. Der 65T macht genau das, was ich vorhatte. Nur er hatte noch Unterstützung dabei. Soll das in die Seite rein snipen oder was? Ja, seitlich oder vorfahren. Als ich das gemacht habe, waren da auf einmal noch ein T-77. War der T-77, den ich da gesehen hatte und erwartet habe. Und der 65T auf einmal beide Beine. Die T-77 hinten, die stehen, stehen beide so, dass sie auf nichts wirken konnten. Der ging voll durch ihre Panzerung. T-77, willst du noch eine? Ich gebe noch eine Packung. Ist früh, ist for free. Oh, sie kommt am Ende, geht hinter unserem 53. Ach, shit. Jetzt habe ich gleich ein Problem. Jetzt habe ich ein dickes Problem. Oh, oh. Die wollen mich. Die Schweine. Ich versuche mal zu unserem Jagdpanzern zu fahren. Ich habe das Gefühl, die haben bisher noch nichts gemacht. Das Gefühl habe ich auch. Aber das sollten sie jetzt tun. Der ging voll durch ihre Panzerung. Ich meine, jetzt kommen hier Gegner vor ihnen rausgefahren. Das ist wahrscheinlich gleich tot, weil ich es nicht verteidigt habe, soweit wurde. Ach. Och, nö. Warum steht es eigentlich schon wieder 3 ab? Na gut, ich habe unvorteilhaft gecredet, weil es auf einmal 2 gegen 1 war. Der ging voll durch ihre Panzerung. Also ich bin wieder bei 2000 Dammit. Ich weiß nicht, was ich hier noch tun soll. Ich habe 700 gemacht. 2 schon. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. Ich nehme hier Kills und Kills und Kills raus. Aber... Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. Ich drehe mich mal für DS3, wa? Die ich jeweils angeschossen habe, getötet. Äh, wenn die ISO noch überlebt, kann ich hier nämlich noch kurz mit DS3. Bevor die hier rumpuschen. So, haben wir die IS3. Sehr schön. Der hat hier hingeschossen, das ist ja auch. Keine Ahnung. Die sind auch nicht gut wieder. Die sind einfach nur mehr. Ja, deswegen sind sie... Aber sie sind immerhin so gut, dass wir zu zweit auf mich draufgefahren sind nach die Warnplatoon. Die laufen auch nicht draufgefahren sind. Wir spotten für die ISO. ISO, tun sie Sachen. Die sind bei den Bunschen. Nee, nee. Der Löwe hat mich getroffen, aber ist abgeprallt. Oh. Der ist nicht cool. Oh, der habe ich verschossen außerdem noch. What? Der ist schon wieder abgeprallt. Was macht ihr hier? Nein, 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 nein. Bin ich dagegen. Noch jemand? Noch jemand? Ich habe noch. Ich habe einen Krieger übrigens gemacht damit. Hab nicht gerade gesagt. Ich wollte auch noch gegeben hier. 3.500 Damage, Mann. Das war's für uns. Los hier. Man muss einfach mal die Leute, die RFK stehen, einbinden. Ob sie wollen oder nicht, dann geht das auch. Dass der auf mich draufhört, einfach daran stirbt, ist schon lustig. Oh. Das war ein schönes Match. Das hat Spaß gemacht, aber das war leider für dich ein bisschen uninteressant, glaube ich. Ach doch, war total interessant.